bei mir ist das ganze overlay weg welches von steam nein allgemein das overlay und sehe ich meine leben ach ja da hast du so ein f1 modus aktiviert oder sowas in der ort bist du irgendwo drauf gekommen vielleicht man das ist hier ist so eine lichtung eine ziemlich große ja da hinten ist eine lichtung da ist auch dann so ein höhler naja das teil können wir beide weg vergessen ja hier mensch kein bus hier liefert essen das aber schlechter kundenservice hier gibt es jetzt ein bisschen werden wenigstens perfekt alle nicht giftig egal hier wieder gar nichts tja ist immer zufällig ja immer dieser reiner einer ist geflohen so ich bringe erstmal hier die dinger rüber die baule wagen keine ahnung ich dachte schon unsere base abgerissen worden soll der ganze wall wieder weg oder was jetzt häng ich ja zwischen den baumstümpfen rum geil ist auch nicht schlecht wenn du da länger bleibst halt machen ich versuche mal zu entkommen vorher noch sterbe wieso kann man diese scheiß dinger nicht weg rollen hauptsache die rollen alles um aber wie viel hier rumliegt das volk wie bei ikea hier so viel holz das wird schon eine krasse denke ich wenn ich hier mit dem ding so durch die gegend sprinte das wie mit dem gabelstapler fahrer so zack also wie schnell verbraucht das von der seite kannst du auch dieses kunst und hier fehlt uns noch eins neun holz ja da kamen wir die mal ran früher konnte man auch irgendwie auf diesen bäumen so hoch klettern während die fallen müsste auch noch gehen eigentlich hast du hast einen topf ne lukas das war die bau mir diesen großen m für ein harz sammler oder was nein dafür ist der topf viel zu wertvoll in der in der innen wie es kommt auch so oder so hat zum luken täglich und sammeln das hat viel ja aber warum brauchen wir denn hart stich mir doch zu seiner bäume viel zu viel was schafft man jeder arbeitet bis auf kassler steht auf dem stein halt dein maul ist doch geil jemand muss ja den stein bewachen das ist halt eine wichtige Aufgabe vor allem muss man den stein angucken zehn stunden am tag naja und der wahl ist hinten gesichert er hier ist auch noch so ein teil dieses baum haus nicht dass den mal jemand aus versehen fällt vor allem einer der zickere dicker ist endlich die bessere die branche die sieben hast du diese stein angst ich hatte die ich weiß nicht ob ich die noch habe ich guck gleich mal ach so um hast du ein wie viel club hast du also rotes 1 erwarte ich guck mal dass das zusammenstecken da fehlt noch was je mehr ich da rein lege desto weniger fortschritt ist das das ist voll merkwürdig hat jemand hasen ne 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 als ob ich einen hasen erlegt habe der ist ja zehnmal schneller als ich gucken kann da kann ich meinen zock da kann ich meinen stock erlegen ja der rennt von mir weg alter hihihi das ist ein schlauer na die haben halt angst ne vor mir maschine ich versuche es nochmal zu kochen oh jetzt brenne ich wieder ey das ist wieder klar wie im sims ey ok immer immer wenn man am herz steht brennt er danach ok jetzt kann ich schon essen oder wie ist das naja ich probier's einfach mal minor cannibalism geil bestes archiv menschen bitter ja aber ich hab doch schon mal sowas gemacht wie findest du das neue design von steam von steam ja ich hab gesehen am also auf der startseite es sieht ja noch relativ gleich aus aber wenn du dann hier auf spielen gehen willst und so alter das ist ja hässlich hey das sieht voll geil aus ja es ist ungewohnt ne deswegen finde ich es hässlich das ist immer so ja das ist das gefühlt immer so alter du lässt sich auf nichts neu sein mhm alter das neue youtube design ist aber echt scheiße vor allem das leckt viel mehr als das alte das neue minecraft texture pack ist voll ja ist so das alte war seh mal geiler was in der alpha war nein das alte gravel sah viel geiler auch ja es war auch geiler guck dir das mal an da waren diese punkte noch viel schöner verteilt du meinst diese kleinen pixel da alter mhm ja ich weiß nicht das erinnert mich halt so an die anfänge ne das findest du halt dann automatisch besser ja das neue texture pack kannst du dir nicht geben was sie mit der 1.14 rausgebracht haben wo seid ihr äh hier in dieser lichtung irgendwie könnt ihr mal schildkröten suchen hm wegen trinken ah da kannst du was trinken ja hier ist ein reh na das krieg ich nicht ah einmal habe ich eine reh erschlagen oder eigentlich schon öfter das schaffe ich immer nur im singleplayer solche leistungen ne boah das ist langsam erschöpft glaube das muss ich jetzt ernsthaft geschlagen oh nein ich wollte es fällen kacke ich muss mich so schräg anschleichen und dann sprinten boah jetzt siehts mich nicht jetzt wirds dunkel ach ich guck mal lieber nach schildkröten sieht man halt schlecht ne sind ja auch eher echt und wir sollten schlafen ja ja ich hoffe das geht jetzt einmal warmfeld ach ich muss erstmal warten bis ich wieder sprinten kann ach das das flugzeug die leuchten funktionieren noch mir leckt grad übelst ja oh nein ich wurde grad zurückgeboostet von dem flugzeug hm was das denn wie so ein magnet mann was leckt das hier zu was ist denn das cpu ist es nicht rami ist es nicht jungen kleiner ist in unserer basis kann ich zu sagen ich auch nicht zick deine verbindung ist dreck echt oh ne ah bis her ging es doch oh nein jetzt habe ich einen buschke jetzt bin ich im wasser hm und nee jetzt bin ich im wasser und warum hast mich das ich weiß nicht was hier passiert ich kann mich ich kann mich noch bewegen ich kann nicht hoch und runter gucken ich kann nur links und rechts mich bewegen hm 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 das antwortet nicht also ich bin noch da bei mir geht alles noch ach warum hast mich die ich bin absolut verbracht ich kann nichts mehr ja es ist eine internetverbindung ich versuche grad hier den typen zu töten oh zum glück geschafft ich lasse das mal liegen äh wo sieht man das wieder lag danke alter hier kommen noch mehr mann ich lag zu ich kann nichts machen was ist das ich versuche den zu killen nein was auch dass sie sich nicht eingehen was hast du denn für eine bambusleitung ich weiß nicht was hier ist jetzt bin ich tot ich kann nicht immer mehr ich kann nicht so ein dreck ich kann nicht immer mehr hochholen ja weil es seine internetleitung wieder mal grüßen lässt kann ich jetzt auch nicht so führen ja bisher ging es so dein scheiß dein scheiß Anbieter man ich geh hin fäll den Antennenmast man dann hab ich auch nichts von doch die bauen einen neuen der noch schlechter ist 6 Stück 7 8 9 10 11 ich kann nichts machen das war das alte 4 ich kann auch nichts machen wir haben unser komplettes Lager überrannt guck mal wie viele da sind ach du scheiße dann war es das wohl mit der Aufnahme ja keine Ahnung das Ende 8 19 11 12 13 14 14 na ich hoffe dass es beim nächsten mal wieder geht bisher ging es ja auch also 15 16 17 da kam nochmal eine Herder das kann doch nicht real sein das ist doch irgendein Bug naja aber damit verabschieden wir uns erstmal also ich hoffe mal Probleme gibt es dann nicht mehr und dann tschau